Musik Moin und herzlich willkommen hier in Kairo auf dem Weg zum Flughafen. Denn heute sollte es für uns mit dem Flieger nach Uganda zum La Branda Club Makati gehen, wo wir für ein paar Tage noch die Füße hochlegen wollten. In diesem Video seht ihr unsere Anfahrt zum Flughafen und wie wir den Club Makati erkunden. Außerdem gibt es noch eine Feuershow. Und nun viel Spaß mit unserem Video. Untertitelung des ZDF, 2020 Etwa zwei Stunden nachdem wir in Kairo mit unserem Flieger abgehoben waren, kamen wir dann auch im La Branda Club Makati an. Heute nahmen wir uns die Zeit, um uns erstmal ein Bild vom Club zu machen. Musik Zunächst einmal konnten wir einen Blick in unser Apartment werfen. Musik 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 Zur Begrüßung in unserer Ferienanlage gab es erstmal einen leckeren Rotwein. Musik 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das Abendbuffet, was wir jeden Abend bekommen haben, war wirklich abwechslungsreich und es gab jeden Tag etwas anderes. Wir hoffen natürlich, dass euch unser Video gefällt und wenn es so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr dieses Video ein Like geben würdet, unseren Kanal abonnieren und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. Am Abend fand dann im Amphitheater noch eine richtig klasse Feuershow statt. We will, we will rock you. Everybody we will, we will rock you. Applaus Applaus Musik Wauw! Wauw, Applaus Wauw, Applaus Wauw, Applaus Wauw, Applaus Wauw, Applaus Wauw! Come on, come on, come on, everybody, break, 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 break. Ja ihr Lieben, so langsam kommen wir zum Ende unseres kleinen Videos. Wir hoffen die Zusammenfassung unseres ersten Tages hier im Labranda Club hat euch genauso gut gefallen wie uns damals vor Ort. Wir hoffen ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei, bis dahin bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, bleibt oder werdet gesund.